Guten Morgen meine Hübschen, wie ihr seht, bin ich gerade aufgewacht und ich habe mir einen Schwarztee gemacht. Den trinke ich meistens in der Früh mit Milch und dann habe ich so Vitalis Knusper Pur Haferflocken gegessen gerade, 2 BE. Und ich möchte euch ganz schnell zeigen, wie ich dafür spritze, weil es ruckzuck geht und meistens mache ich das eh im Gehen. Und ja, ich zeige euch das jetzt einmal. So, wie mache ich das jetzt ganz schnell? Ich habe es ja ganz eilig, muss dann gleich gehen und es geht super, super schnell. Also, ich klicke auf Bolus, jetzt muss ich die Tastensperre entsperren und jetzt geht schon Bolus Expert. Ich hatte 109. So, dann habe ich gegessen, 2 Bruteinheiten, er rechnet es mir gleich in Kohlen, also ich habe es hier als BE eingestellt, rechnet er mir aus. Ich spritze 1,5 pro BE und mein Bolus beträgt dann in dem Fall 2,9, weil er 0,1 abzieht. Dann drücke ich auf Weiter, Bolus abgeben, tschak, gestartet und ready. So, ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das geht. Diese Pumpe ist eigentlich meine Denkhilfe geworden und bzw. in Stresssituationen denkt diese Pumpe statt mir. Und das hilft mir voll in meinem Alltag und ich kann einfach schnell reagieren und das Leben geht einfach weiter und es läuft so nebenbei. Und das ging eigentlich mit meinem Pen nicht. Das wollte ich eigentlich mit euch teilen heute. Und ich werde jetzt meinen Schwarztee trinken und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ciao!